Hallo meine lieben Outriders Freunde, hier ist euer Blacky wieder mit einem neuen Bild und zwar die 3.0 Variante von einem alten Bild. Das alte Bild ist ja die 2.0 Variante gewesen, jetzt gibt es eine Neuerung, die möchte ich euch gerne vorstellen. Ich hoffe es gefällt euch, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, dies, das, ananas, gefällt mir, ich möchte es auch so nachbauen. Viele haben es auch nachgebaut und haben auch gesagt, ey, etwas anderer Spielstil, ja ist es auch, man ist etwas mehr tanky aufgebaut, man kann mehr in den Gruppen drin bleiben, NPC-Gruppen und man stirbt halt einfach nicht. Das sieht man auch bei mir im Gameplay auf Twitch, seid ihr auch hiermit recht herzlich eingeladen und ich gehe jetzt in die Neuerung rein und werde euch da nochmal das ein oder andere erzählen. Leider Gottes, man sieht es immer noch, ich habe immer noch die alte, äh, äh, brüllendes Umbra, da habe ich immer noch nicht, äh, Glück gehabt, ne, habe ich immer noch nicht Glück gehabt. Also so, in der Variante mit 99.2 würde ich gerne leben wollen mit dieser Waffe, aber nein, bis jetzt nicht gekommen. Ich habe noch die andere Alternative tatsächlich, äh, Damaskus-Gabe, da stimmen die Damage-Werte, ähm, muss man gucken, ob man damit zufrieden ist. Also die Claymore-Schlag-Hagel ist schon sehr geil, Entschuldigung, ich musste kurz, äh, ausstoßen, habe Sprudel getrunken. Äh, Schatten-Komet ist natürlich mit dabei, aber ich komme immer noch mit, äh, kinetischer Stampfer besser, klar, irgendwie, ich weiß es nicht, es ist so eher so mein Style geworden. Aber muss jeder, äh, selber entscheiden, welche Waffe er nimmt. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Hut, jawoll, da ist er, ihr könnt euch erinnern, ich hatte meinen Hut kaputt gemacht, um halt diesen, äh, Mod, äh, mir freizuschalten. Äh, mit vorgehaltener Waffe, jetzt habe ich ihn wiederbekommen und jetzt kann ich endlich, äh, Verjüngung drauf machen. Das haben wir jetzt hier mitgemacht, das ist, äh, nämlich die, äh, Änderung, eine der Änderungen. Und zur Verjüngung ist, äh, deswegen so interessant, es ist einmal defensiv gut und offensiv gut. Jedes Mal, wenn dein Leben aufgefüllt wird, erhältst du 8 Sekunden lang einen Bonus von 14.000. Periode auf Waffenstärke und 7.000 auf Anomaliekraft und von 40.000 auf Rüstung, Leute. Und das geht 8 Sekunden lang, der Cooldown sind 10 Sekunden, das heißt, du hast 2 Sekunden lang keinen Bonus. Und das ist im Kampf, äh, tolerierbar. Auf jeden Fall. Sehr nice. Äh, könnt ihr euch mal gerne ausprobieren und dann mir Feedback in den Kommentaren schreiben, wie gut, äh, die Mod bei euch arbeitet. Leider Gottes sind immer noch einige Mods verbuggt, man sieht es im Gameplay, ähm, wenn ich, äh, live bin auf Twitch, dass ich manchmal meckere, dass die Mods nicht arbeiten, ja. Also, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, und hier habe ich, äh, natürlich Dumdumgeschosse und Schadensabsorbierer, das ist ja Standard, äh, das kennt ihr ja schon von mir. Und hier haben wir, äh, ich arbeite mit Reservemagazin, nicht wie alle anderen, äh, äh, die Pestkugeln, äh, ja, zurückholen, mache ich nicht. Äh, äh, Euthanasis. Sie ist drauf, mit, äh, 25% mehr Schaden auf, äh, vergiftete Gegner. Bei den Händen haben wir Kapitänsjäger und kritische Kumulierung. Also, kritische Kumulierung, muss ich sagen, äh, macht mir auch Spaß. Äh, äh, ja, du kriegst halt auf jeden Fall mehr Damage, ne, und das ist halt das, was auch Spaß macht, letztendlich. Das sieht man aber auch, äh, wenn man auch alleine, wenn man alleine mit diesem, äh, äh, Tank-Damage-Bild arbeitet, zum Beispiel alleine 15er, Leute könnt ihr auch schön durchgehen. Das ist gar kein Problem. Hat man mich gefragt, Blicke, kann ich damit alleine arbeiten? Ja, kannst du, hier wird bestätigt. Und bei den, äh, höchsten haben wir Notfallstatus und Individualabstand, äh, finde ich auch für mein Gameplay sehr gut und sehr nice. Ähm, muss natürlich auch jeder für sein Gameplay selber entscheiden, wie er das gerne machen möchte. Also, Notfallstatus leider auch verbuggt, ab und zu geht, ab und zu geht nicht und so weiter, dies, das. Ähm, ja, von der Seite aus gesehen, also wenn die Mods alle arbeiten würden, wäre es nice, aber ab und zu arbeiten seid nicht, ne. Also, das Bild geht immer noch auf Waffenstärke, ja, ich sag euch mal hier, äh, die Stats, Waffenstärke, Schaden auf kurze Distanz und Abklingzeitreduktion, äh, Bonus-Waffenstärke, Heilung erhalten, äh, und Schaden auf lange Distanz. Müsste ich theoretisch ändern, weil hier müsste kurze Distanz rein, aber bis jetzt nichts gekommen. Und, ähm, hier haben wir Bonusstärke, Waffenstärke, Statuskraft, Heilung erhalten. Status ist auch wichtig für Gift zum Beispiel, für die, die es nicht wissen. Ähm, Bonus-Waffenstärke, Schaden auf kurze Distanz und Statuskraft, da sind wir schon bei 30 und 30 sind 60%. Und, äh, nochmal hier, Bonus-Waffenstärke, Schaden auf kurze Distanz und Lebensentzug durch Fähigkeit. So, das sind so die Dinge, die mich so standhaft machen, wie ihr dann immer sagt im Chat, ey, unglaublich, wie du denn den Massen überleben kannst. Ja, ist es auch so, macht richtig Laune und der Damage ist auch gut, ne. Wir gehen mal auf Werte, dann könnt ihr euch das nochmal kurz angucken. Ähm, was wollte ich denn euch noch? Ja, Fähigkeiten, Schadenbonus, da sind wir bei 918. Statuskraft, könnte man mehr machen, wenn man da einen Fokus draufsetzt, sind wir bei fast 90%. Das sind so die zwei, äh, Sachen, die wichtig sind. Waffenschadensbonus sind wir bei 124, äh, Prozent. Ja, aber kritische Trefferschadens und kritische Trefferschaden, da haben wir nicht so viel, haben wir auch nicht, kein Fokus drauf, ne. Und physische Schadensreduzierung sind wir bei 67%, Widerstand sind wir bei 10%. Bonus, äh, auf erhaltene Heilung sind wir bei 35%. Lebensentzug, äh, 15% und Lebensentzug, Fähigkeiten sind wir bei 20% fast, ne. Also Lebensentzug, Waffe und Fähigkeit, die arbeiten ja zusammen, das ist ja sehr nice. Ihr seht es ja dann auch selber im Gameplay. Ja, mehr ist zu diesem Set nicht zu sagen. Ähm, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, Kommentare natürlich herzlich willkommen. Und wer noch kein Abonnement, äh, abgeschlossen hat bei mir auf YouTube, ist nämlich kostenlos ein Abo, äh, dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr auch dementsprechend sehen könnt, wenn was Neues da ist. In dem Sinne, lasst euch nicht ärgern, viel, viel Lootglück bei euch, äh, die noch, äh, Loot suchen. Und, ähm, ja, wer Lust hat, kommt natürlich zu mir auf Twitch, auf meinem Kanal. Hiermit auch nochmal recht herzlich einladen und können wir weiter über dies und das reden. Und Gott über die Welt, dies, das, allah, das, aber Hauptsache, ihr bleibt alle gesund da draußen, ne. Euer Blacky, haut's rein. Ciao, ciao. Ciao.